Hallo zusammen zur Pressekonferenz nach unserem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir gratulieren dem Gast aus Frankfurt und natürlich gebührt Oliver Glasner das erste Wort zum Spiel. Vielen Dank für die Gratulation, die ich gleich eins zu eins an die Mannschaft weitergebe. Wir denken, ein völlig verdienter Sieg über die gesamte Spielzeit, haben erste Halbzeit ein sehr gutes Umschaltspiel an den Tag gelegt. Hatten aber auch, muss man auch so ehrlich sein, bei 0-1 hat Kevin einen Big Save gegen Markus Thüram, wo Gladbach wieder zurückkommen könnte mit einem Fehler von uns. Sonst haben wir erste Halbzeit eigentlich die Spieler das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, was wir ihnen gezeigt haben, dass Gladbach immer wieder versucht, über das Zentrum mit schnellen Kombinationen durchzukommen. Da waren wir sehr wach bei den Ballgewinnen und dann haben wir halt unser Tempo in der Offensive heute sehr effizient und hervorragend ausgespielt. Und zweite Halbzeit haben wir es dann eigentlich kontrolliert, aber ähnlich mit einem unnötigen Fehler haben wir Gladbach nochmal kurz zurückkommen lassen mit einem 1-3. Und deswegen müssen wir da auch schon weiterhin kritisch sein, dass wir solche Spiele noch souveräner nach Hause spielen. Und auch dann hätte ich mir wieder gewünscht, mit etwas mehr Punch nach vorne, obwohl ich natürlich weiß, dass die Jungs schon ein Mammutprogramm abreißen. Aber ich bin natürlich sehr zufrieden heute und wir fahren sehr glücklich und sehr zufrieden nach Hause. Danke. Vielen Dank. Daniel Farke. Ja, erstmal auch von meiner Seite aus Glückwunsch, Gratulation an Oliver und seine Jungs. Ich finde auch, dass Frankfurt heute eine ganz, ganz hohe Effizienz im letzten Drittel und eine hohe Effektivität an den Tag gelegt hat und deswegen auch verdientes Spiel gewonnen hat. Das Halbzeitergebnis von 0-3 fühlte sich ein bisschen surreal an, weil ich glaube, dass, obwohl wir 0-3 zurückgelegen haben, nicht so schrecklich viel zwischen den beiden Mannschaften ein Unterschied zu erkennen war. Ich habe jetzt noch keine Statistiken gesehen, aber ich würde vermuten, wenn man sich so Ballbesitz, Zweikämpfe, Expected Goals und so weiter anschaut, dass da, glaube ich, nicht so schrecklich viel zwischen den beiden Mannschaften war. Aber der Unterschied ist, ja, Frankfurt hat seine Chance genutzt und wir waren dazu nicht in der Lage. Ich glaube auch, wenn man sich das erste Tor so anschaut, eigentlich aus einer Situation, wo wir eine gute Chance haben, selbst eine große Chance rauszuarbeiten, weil wir die Chance haben, Joe Scully irgendwie hinter die letzte Kette zu schicken, war dann unsauber. Im Passspiel haben zweimal eigentlich noch die Möglichkeit, den Konter zu unterbinden an der Mittlinie. Und danach waren wir auch in Überzahl gegen Linz, Ströme, ich glaube, drei gegen eins oder vier gegen eins sogar. Aber er war in der Lage, das super effektiv zu lösen mit seiner großen Klasse, mit seinem Tempo, hat sich irgendwie durchgesetzt. Irgendwie auch so durch zwei Pressschläge und Tobi Sippel war auch noch dran, hätte das Tor fast verhindert. Dadurch ist Frankfurt in Führung gegangen und ich glaube, wir haben fast die größere Chance auf der anderen Seite, weil Markus Ströme ja völlig alleine auf den Torhüter zu rennt. Ja, und Kevin Tapp da natürlich eine fantastische Parade gezeigt hat. Wir haben danach nochmal eine Riesenchance mit Lars Stindl nach dem Super-Chip-Ball von Chris Kramer, wo wir das Spiel dann auch nochmal komplett ausgleichen können. Ja, und kassieren dann das 0 zu 2 aus einer Standardsituation eigentlich eine Domäne von uns. Wir haben bisher noch gar kein Tor aus einer Standardsituation irgendwie schlucken müssen. Und ganz im Gegenteil, das ist ja eine große Stärke. Wir haben schon viel erzielt und haben dann diese Statistik, über die wir eigentlich auch das Spiel mitentscheiden wollten, dann quasi mit 0 zu 1 verloren heute gegen Frankfurt, sodass das Spiel dann schon 0 zu 2 gegen uns stand. Ja, sind dann ein bisschen unruhig geworden und haben dann aber auch wieder in der gegnischen Hälfte irgendwie einen schlechten Pass gespielt. Ins Zentrum, ein bisschen unnötiger Ballverlust und die Reaktion war dann falsch. Wo wir das sofort reparieren wollten, sind rausgestürzt aus unserer zentralen Position, haben durch Platz für den Konter geöffnet und Frankfurt mit seiner großen Klasse. Und dann ist ja auch eine Mannschaft, die im Moment voller Selbstvertrauen und Form ist, war in der Lage, das Spiel auf 3 zu 0 zu stellen. Was sich, wenn ich ehrlich bin, vom Spiel in der ersten Halbzeit nicht so angefühlt hat, aber dann Realität war vom Ergebnis. In der zweiten Halbzeit kannst du dann ja nicht durchdrehen und alles irgendwie auf den Kopf stellen, weil sonst wirklich so eine konterstarke Mannschaft mit so viel Tempo, so viel Klasse, die es gewohnt ist, in der Champions League zu spielen, dann natürlich komplett auseinandernehmen und noch mehrere Tore einschenken. Ich finde, wir haben es gut gemacht, weil du musst dich Step by Step dann natürlich ins Spiel zurückkämpfen und sehr diszipliniert sein. Wir haben dann eigentlich die Konter von Frankfurt gut kontrolliert, haben einen Anschlussstreffer erzielt zum 1 zu 3, hatten das Momentum dann eigentlich auf unserer Seite und dann war es natürlich auch so ein bisschen unglücklich, dass da nochmal eine 10-minütige Spielunterbrechung war, weil du hast ja das Gefühl gehabt, in diesem Moment, ja, Stadion ist wieder voll da, explodiert so ein bisschen. Frankfurt wird auch ein bisschen nervös, die Spieler von uns haben das Momentum auf unserer Seite und pushen, um das Spiel zu drehen. Und klar, wenn du natürlich nochmal 10 Minuten Zeit hast, irgendwie ein bisschen Trinkpause, alles runter zu kochen, Taktdinge runter zu sprechen, Stadion beruhigt sich wieder. Naja, das war dann natürlich nicht so förderlich für uns, aber das sind ja Dinge, die können wir nicht beeinflussen und müssen sie so akzeptieren, wie sie sind. Ich finde, wir haben eine ordentliche Reaktion gezeigt in der zweiten Halbzeit, dass du dann 0 zu 3 gegen so eine Top-Mannschaft wie Frankfurt, das dich schwer tust, das Ding dann komplett zu drehen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, deswegen müssen wir die Niederlage heute gegen eine richtig gute Mannschaft so akzeptieren. Nochmal Glückwunsch und Gratulation an Oliver. Die Mannschaft hat eine ganz, ganz hohe Effizienz und Effektivität an den Tag gelegt. Das war der Unterschied und deswegen war es auch ein verdienter Sieg. Und ja, deswegen Gratulation an Frankfurt. Dankeschön. Danke. Gibt es Fragen? Christian Hornung, Bild-Zeitung. Wie viel würden Sie an der Niederlage an den fehlenden Stammspielern festmachen und wie viel war eigenes Verschulden? Und dann frage ich direkt danach, wenn man sich die Ersatzbank anguckt, zwei Urgesteine und ansonsten eigentlich nur Jugendspieler. Möchten Sie gerne im Winter, dass nochmal nachgelegt wird? Ja, also wir spielen nicht europäisch. Unser Kader ist nicht so breit aufgestellt, muss man sagen, wie vielleicht andere Mannschaften, die dann auch im europäischen Wettbewerb agieren können. Auch unsere finanziellen Möglichkeiten aus den bekannten Gründen waren und sind ja auch nach wie vor sehr eingeschränkt. Und deswegen sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass unsere Top-Spieler dann eben auch möglich zur Verfügung stehen. Du wirst immer mal Verletzungen haben und schwierige Phasen im Laufe der Saison. Was du natürlich jetzt gerade aktuell hast, irgendwie so, das ist schon sehr grenzwertig, muss man sagen. Deswegen war ich froh, dass Chris Kramer dann zumindest mit einer Trainingseinheit, die er mit der Mannschaft beschritten hat, heute zurückkehren konnte. Trotzdem fehlen uns natürlich Spieler, die für uns auch den Unterschied ausmachen. Aber ich habe das auch vor dem Spiel nicht so dramatisch thematisiert. Und ich möchte das auch jetzt nicht tun, weil das sind eben so die Realitäten. Und wenn ich mich darüber beklage, dann werden wir die Situation ja auch nicht ändern. Sondern das ist eben einfach so. Ich glaube, klar, wenn wir alle unsere Jungs hier zur Verfügung gehabt hätten, dann wäre es schon auch nochmal ein anderes Spiel gewesen. Aber so, das sind eben Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Das sind alles irgendwie so Kontaktverletzungen. Und dann ist das eben so. Wir hoffen natürlich, dass die Jungs auch schnell zurückkommen. Und ansonsten werden wir mit dem, was wir haben, einfach auch weitergehen. Also ich stimme mich und setze mich jetzt hier nicht hin und fordere dann nach Neuverpflichtungen und zusätzlichen Spielern. Ich weiß schon um unsere finanzielle Situation als Borussia Mönchengladbach, weiß schon, dass da die Möglichkeiten dann nicht so aufgestellt sind, wie bei einigen Vereinen dann in der Bundesliga. Da sind wir nicht neidisch, sondern das ist einfach die Realität. Und das müssen wir so akzeptieren. Deswegen versuchen wir aus unseren Möglichkeiten, das Beste zu machen. Heute sind wir einfach auch, ja klar, wissen wir, dass wir besser hätten agieren können mit allen Jungs verfügbar. Eher so ein bisschen selbstkritisch, dass wir unsere Situation nicht genutzt haben. Dass wir diese Ballverluste in der gegnischen Hälfte hatten und die Situation, wo wir dann vielleicht mit einem kleinen Taktischen Foul auch beim 1-0 zum Beispiel in Konter unterbinden können. Oder auch in Überzahl dann so die Pressschläge nicht gewonnen haben gegen Lindström. Da sind wir eher so ein bisschen selbstkritisch, erkennen aber auch die hohe Qualität des Gegners an, die einfach fantastische Spiele auch haben. Und deswegen, die Situation ist so, wie sie ist und wir akzeptieren das. Die Kollegin da hinten bitte einmal. Herr Glasner, Lothar Matthäus schwärmte in den höchsten Tönen und zwar sowohl von Mario Götze, wo er wieder mal sagte, der müsse mit zur WM und natürlich auch von Jesper Lindström. Hat er recht? Lothar ist ja noch Rekordnationalspieler in Deutschland. Da hat er immer recht. Alle zur WM von uns. Nein, ich bezog das jetzt die Frage konkret zu Jesper Lindström, weil der scheint ja irgendwie zur Zeit ein absoluter Flow zu sein. Ja, er hat das nötige Selbstvertrauen, weil er ein paar Tore erzielt hat und wie auch dann das Zweite. Das sind alles Themen, die wir jetzt seit über einem Jahr mit ihm besprechen. Den Ball, dass er einen guten ersten Kontakt hat und dann hat er einfach auch die Zeit, um den Abschluss zu setzen. Er hat ganz häufig den ersten Kontakt versaut bei Abschlusssituationen und da ist er halt jetzt deutlich besser. Er ist ruhiger. Er ist halt jetzt schon über ein Jahr in der Bundesliga und er hat das auch immer wieder versucht, im Training umzusetzen. Und dann kannst du halt Selbstvertrauen für deinen Stürmer, ist das Wichtigste. Und deswegen trifft er auch derzeit. Aber für ihn ist genauso wichtig, dass er da bescheiden bleibt, dass er am Boden bleibt und immer auch weiß. Und am Ende sind es immer die Offensivspieler, die dann gefeiert werden. Aber bei allen Toren war der Ballgewinn von irgendeinem anderen Spieler und der Assist war auch von einem anderen Spieler. Es ist immer eine Mannschaftsleistung und deswegen will ich jetzt ihn auch nicht herausheben, obwohl er natürlich heute sehr wichtige Tore erzielt hat. Thomas Krolke, Rheinische Post. Ja, Herr Farke, Sie sagten im Vorfeld, dass im Grunde guter Ballbesitz schon das erste Mittel der Verteidigung ist. Jetzt hat es mit dem ersten Ballverlust das Gegentor gegeben. Ist es dann eine Kröte, die man schlucken muss, dass man ein gewisses Risiko mehr eingeht? Oder war es etwas zu viel des Guten? Weil gerade das 0-3 macht einem ja das Spiel dann wirklich im Grunde schon zunichte kurz vor der Pause. Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch auf einen Spieler verzichten müssen. Wie Jonas Hofmann, der zum Beispiel immer tolle tiefe Läufe hat und wollten das heute gerade mit sehr viel Ballsicherheit, gerade im Zentrum, dann irgendwie auch auffangen. Und nochmal, ich finde, dass wir es eigentlich insgesamt sehr ordentlich gemacht haben, weil wir, glaube ich, keinen Riesenunterschied zu einer Spitzenmannschaft wie Frankfurt dann auch haben erkennen lassen in der ersten Halbzeit, was die Spielführung angeht. Aber in entscheidenden Situationen hatten wir dann leider eben diese Ballverluste auch drin. Und nochmal, wenn wir einen sauberen Schipperl über die letzte Reihe legen, dann haben wir, glaube ich, die erste große Chance, weil Joe Scully dann durch ist, dadurch, dass der Pass dann nicht sauber ist, sind wir gezwungen zu reagieren, hatten zweimal die Chance, irgendwie zu reagieren mit einem taktischen Foul, was wir dann nicht gesetzt haben und vielleicht auch in der letzten Reihe uns dann nochmal durchzusetzen in Überzahl am Strafraum, deswegen haben wir das Tor kassiert. Danach, ja, hatten wir beim Stand von 0-3 nochmal ein bisschen zu gierigen Pass nach vorne. Ich glaube, das hast du dann auch, wenn du natürlich 0-2 hinten liegst. Das Problem war eher so ein bisschen die Reaktion, dass wir dann so ein bisschen die Nerven verloren haben und wollten aus einem guten Anreiz eigentlich die Situation reparieren und sind dann nach vorne gestürzt, um den Ballverlust dann irgendwie direkt zu reparieren und haben dadurch das Zentrum aufgemacht, sodass wir dann die Kontersituation auch wieder zugelassen haben. Also aus einem guten Anreiz waren wir dann ein bisschen zu gierig. Im Fußball hängt immer alles zusammen. Ballsicherheit ist das eine Thema, dann haben wir schon den einen oder anderen Ballverlust. Jetzt gar nicht so in der Spieleröffnung, im Mittelfeldspiel, sondern wirklich in der gegnischen Hälfte dann irgendwie gehabt. Und es bringt es ja mit sich, wenn du in der gegnischen Hälfte einen Ballverlust hast, ist das nicht gut. Aber du hast trotzdem noch die Chance, das auch zu reparieren. Und da war unsere Reaktion dann nicht immer spot on. Und ja, deswegen im Fußball kommen viele Themen zusammen, um da wie eine komplexe Leistung abzuliefern. Und das ist uns dann gerade auch hinsichtlich der Effektivität der Frankfurter leider nicht so ganz gelungen. Ich habe auch viel Gutes gesehen, auch im Ballbesitz, auch die Situation, die wir rausgespielt haben. Zum Beispiel die Riesenchance von Lars Stindl, aus einer sehr, sehr guten Kombination irgendwie so. Also wir haben auch viel Gutes im Ballbesitz gemacht. Aber in den Szenen, wo wir dann nicht spot on waren, ja, da war Frankfurt einfach brutal effektiv und hat das sehr, sehr gut ausgenutzt. Okay, das war's. Dann danke ich fürs Kommen. Schönen Abend. Kommt gut nach Hause. Tschüss.